Das ist immer schwierig mit der Korrosion. Ja. Der Rost ist halt überall, ne? Der Rost trifft uns alle. Das ist echt schlimm. Gänge graben, Gänge graben. Wie alt ist sie? 43? Und ich bin 13,5. Genau. Ich erinnere mich noch, als wir Fenster auf, Musik voll aufgedreht, das Steed durch die Stadt. Richtig geil. Durch den Vorort auch noch. Das war noch Zeit, wo wir jung und wild waren. Ja, so richtig assi, ne? So richtig, ah, was für Regel. Was für Regel? Das ist ein Knaller. Ja, das ist echt, das wird jetzt mein Running Gag, glaube ich. Ich habe Eisen gefunden. Holla, 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 hu. Eisen. Aber ich freue mich ja so. Auf, äh, den Server? Ja. Welcher Server? Hä? Was laberst du? Schön bewerben alle, ne? Genau, wir wollen hier viele auf dem Server haben. Da könnt ihr irgendwann mal den Typen auf dem Server sehen, da, den da. Welchen? Na, äh, den! Ach, den! Den! Ach, den, ja, der, der, den könnt ihr sehen, ja, ja. Krasser Typ. Krasser Dude. So, ich brauche jetzt, äh, Zäune. Mensch, das, kann, ah, kann das Gras mal schneller wachsen? Das Gras braucht seine Zeit, bis es... So, ähm... Sein... Boah, ey. Effekt entfaltet hat. Effekt entfaltet? Effekt. Schon klar. So, äh, ich finde keinen Diamanten mehr. Na gut, sechs Stück sind ja nicht schlecht, aber... Holz, wir haben noch Zaun. Ha, 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 wie cool. Jetzt brauche ich nochmal ein Gate. Nein, das war falsch rum. Na, kacke. So rum? Ha. Ha, 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 ha. Was war das? Was war was? Langsam streunen die Hyänen um. Oh, okay. Ja, ist ärgerlich. Ich habe so einen kleinen Ohrwurm jetzt. Na, toll. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm. Dein Ohrwurm. Von wem ist das? Weiß nicht, vom kleinen Ohrwurm? Ne, von den Wise Guys. Kennst du die Wise Guys? Ne. Was? Du kennst die Wise Guys, dich? Oh Gott. Das ist so eine A Cappella-Truppe. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, du kennst doch hier irgendwie Sommer. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging von denen. Wie jetzt ist Sommer. Egal, ob du schwitzt oder frierst. Kennst du das nicht? Ne. Okay, muss ich dir mal schicken. Die sind A Cappella. Ella. Ella. A Cappella. E, E, E. Rihanna. Rihanna. Hanna, my arm, Barella. Ella. Und jetzt das Beste. Auf mein Brötchen kommt Nutella. Nutella. Ella. Wir haben schon so einen scheiß doofen Humor, ne? Das ist zum Kotzen. Ja. Absolut zum Kotzen. Wie hält das deine Freundin mit dir aus? Ich weiß es auch nicht. Frag mal nach. Jetzt? Ne. Ich könnte ja ein Live-Gespräch in der Aufnahme mit dir führen. Ah, lass mal die Bar. Nicht, dass ich in der Au... In der... Ne. Ne. Ey, ich hab mich ehrlich gesagt in den Tunnel verirrt. Yes. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Find ich gut. Scheiße. Da, da? Ja, ich glaub ich hab's. Oder reich ich jetzt in die falsche Richtung? Hä? Hä? Hilfe. Ich will zurück zu meiner Mami. Nein. Nicht? Nein. Doch, wirklich. Hm. Also, ja, ich bin auf jeden Fall im richtigen Gang, aber ich renne, glaub ich, in die falsche Richtung. Warum? Weil ich kann. Achso, okay. Oh, die Kartoffeln sind schon wieder alle gewachsen. Karotten auch und die Melonen auch, ey. Ja, die Melonen, die heute... Heutzutage, ey, das sind... Wassermelonen. So dicke Wassermelonen. Schlimm sowas. Ja. So, ich komm mal wieder hoch. Hast du den Weg gefunden? Ja. Und ich hab ordentlich Steine und Diamanten und Redstone und Kohle und Eisen mitgebracht. Ähm. Ja? Warum grabe ich die gerade Cobblestone aus? I don't know. Ein sinnloser Knopf. Hm. So. Hast du auch hinten jetzt Erde gemacht bei den... Nee, doch nicht. Ah, doch hier. Doch, bei den Feldern. Was hab ich, was hab ich... Bei den Feldern Erde hast du gemacht. Bin dabei, ja. Sehr, sehr gut. Bin mittendrin. Sehr, sehr schön. Das wird doch hier. Ja. So, ich bring mal alles eben weg in die, äh... In das Lagerhäuschen. Äh, mal eben wieder 62 Kohle. Und 1, 2, 3, 4... Gekonnt ist eben gekonnt. Stacks, äh, an... Redstone. Jetzt kriegen meine Schweine auch mal Gras, dass sie fressen können, ey. Jetzt haben wir 30 Diamanten. Echt? Ja. Krasser Scheiß. Da ist die richtig krasser Scheiß. So, ich baue jetzt mal eben, äh, den... Den Hafen aus. Willst du mitkommen und helfen? Lass mich... Oder willst du jetzt... Lass mich eben schnell die Reihe hier fertig machen. Ich muss noch eben... Ja, okay, dann, äh... Dann helfe ich dir, indem ich die Felder mal mache. Ja, machen wir eben schnell die Felder. Und dann gehen wir kurz nochmal Weizen verkaufen. Zusammen? Ja. Willst du mit mir shoppen gehen? Ja. Boah, geil. Hier, du kriegst meine Kreditkarte. Danke. Findest du eigentlich nicht auch, dass diese ganzen, ähm, sams, äh, RTL-Vormittagsprogramme total schlecht geschauspielert sind? Ja. Ich denke mir immer, das könnte ich auch machen. Ja, ich hab mich mal, ich hab mal mich überlebt, äh... Das sich zu bewerben? Ja, ja. Hab ich auch gedacht. Und dann sage ich, ich bin der größte YouTuber in Deutschland mit Delusion Gaming. Das glaubt mir wahrscheinlich dann auch noch RTL. Natürlich. Äh, das wär doch super. Dann haben wir doch die Mega-Werbung. Na, ich weiß nicht, ob wir dann die richtige Zielgruppe ansprechen, die ich auf dem Kanal haben will. Na, jetzt einmal nicht so vorurteilig. Vorurteilhaft. Vor, vor, halt, ja. Ja. Wusstest, am Popo Vorurteile, wusstest du doch nicht, dass jeder vierte Deutsche, ähm, Vorurteile gegen Dicke hat? Nein, das wusste ich nicht. Doch, ist wirklich so. Ist, ähm, wissenschaftlich bewiesen. Aha. Aber weißt du, was das Interessanteste war, was ich letztens gelesen habe? Nein. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass, äh, Menschen alles glauben, wenn man ihnen erzählt, dass es Wissenschaftler herausgefunden haben. Ja, das hab ich auch gehört. Wissenschaftler haben das herausgefunden? Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Ja, ist ja gut. Das ist kein Spaß. Dann muss das ja stimmen, wenn das Wissenschaftler... Ja. Das, äh, wusste ich noch gar nicht. Na, das ist gut zu wissen. Ja, find ich auch. Ich hab gehört, wenn Wissenschaftler, also, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn Wissenschaftler sagen, dass sie die Welt erobern wollen, dass man dann, äh, denen folgen muss. Ja? Ja. Oh. Haben die herausgefunden, wissenschaftlich bewiesen. Oh. Äh, hat das hier mit den Genen zu tun, die du hast? Ganz wichtig, genau. Das liegt da dran. Als Wissenschaftler, denen muss man dann helfen, die Welt zu erobern. Ja, die, die, die vermute hatte ich eigentlich schon lange. Ja. Ist ja auch jetzt wirklich wissenschaftlich belegt. Na, endlich. Ja. Also man merkt, die Wissenschaftler in Deutschland kommen voran. Ja. Das find ich gut. Macht ja auch Sinn. Natürlich, natürlich. Oh. Was macht man eigentlich aus den Kakaobohnen? Ich glaube Cookies, ne? Ja. Wollen wir uns ein paar Cookies backen? Nee. Okay. Müssen wir erst Zucker für machen. Achso, wie geht denn... Achso, aus Zuckerrohr. Das kriegen wir auch noch hin. Gerade so? So, jetzt ist hier auch das Feld voll. Also bei dem Zucker... Nee, bei dem Kakao. Beim Kakao. Ach, ich hab übrigens vergessen... ...ääh, das Zuckerrohr wieder anzubauen. Ich hab's ja abgebaut, um da Erde reinzumachen. Ich glaube, auf Erde geht das gar nicht, oder? Doch. Es geht auf einem. Außer auf Stein. Ja, das hätte ich jetzt von mir auch denken können. Dann mach ich das mal eben. Kann ich auch machen. Ich hab's ja im Inventar. Bisschen funktioniert. Oh, ja, guck mal, schon das erste Gras. Wat, wat? Ja, Kakao. Boah, geil. Das ging ja fix, ey. Ja. Das hat richtig fix gewesen. So, wat nehme ich mit. So, okay, wat sind Sie mit. Ist Karotten fertig zum Rüberbringen? Ja, ne? Karotten... ...konntest du, glaube ich, auch drüberbringen, ja? Kann ich direkt essen, ja. Ja, ja, ja. Ja. Gut. Ja. 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 Gut. Okay. So, Karottenäppel. Dann hol ich das noch eben schnell in der Taverne. Wo bist du? In der Taverne. Wunderbar, warte auf mich. Jo, und dann gehen wir rüber. Dann gehen wir rüber. Kleiner Spaziergang. Hm, nee. Pilze. Das, 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 das. Hm. Kann man ein Spinnenauge auch essen? Nein. Dann nicht. Wollen wir vorher noch mal schlafen gehen? Wird grad dumm. Ja, ja. Wo bist du denn? Äh, ich laufe noch mal ins Lagerhaus. De, 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 de. Holz. Sand. Alter, die Sandruhe ist voll, Mann. Ja, wir haben ja oben noch eine ganze Etage. Und unten können wir auch noch anbauen. Oh Gott. Pack die Kabels zu uns erstmal hier rein. Ähm. Flint. Flint. Kies. Grünzeug. Sonstiges. Oh, ich habe hier noch mehr Erde. So, jetzt nur noch. Ich brauche noch ein neues Schwert. Hier. Wie, du hast eins? Ja, ich habe auch ein anderes auf dem Lager. Brauche ich mir doch kein zu machen. Und was habe ich hier noch? Oh, ich bin ein Zombie in meinem Haus. Oh, cool. Komm, Läder. Ich habe nicht kuscheln. Schadzeug, Wolle, Werkzeug, Sprengstoff, Obsidian. Wo sind hier die Bricks? Habe ich noch keine Bricks gemacht? Wofür die Bross und Bricks? Naja, Clay halt. Leben. Achso, nee, du kannst nur... Wofür brossen die? Naja, ich habe was abgebaut. Achso, ja doch, haben wir. Komm mit. Sonst Ziegels. Ja, gut, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Weiß es doch. Ziegel und Lehm ist da. Ja. Ich gehe schlafen. Ziegel und Ehm. Ich gehe schlafen. Ich gehe halt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber ohne Zombie, bitte. Oh Mann, ey. Immer dieses... Unbequem heute. Boah, war das ein Leck. Ja. Man konnte mal eine Maus sehen. Oh, oh. Meinst du, Windows möchte jetzt, ähm, seine Rechte für das Video haben? Ah, ich glaube, das kriegen wir noch irgendwie so hin mit denen. So als Big-YouTube-Partner. Gerade so? Ja. Wollen wir jetzt endlich? Ja, ich brauche nur noch ganz, ganz kurz, äh... Ach, egal. Ne, komm, lass uns los. Mach ich das später. Ja, witzig. Alter, kommt mir ja gar nicht mehr rum. Das war ich. Mann, 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 Mann. Oh, was hier noch alles zu tun ist. Aber ist ja gut. Creeper! Creeper! Oh, oh. Bam! Geile Scheiße! Das sah so geil aus. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ja, schade eigentlich. Warum läufst du denn so schnell? Hier sind doch überall... Spiddi! Ist mir doch egal. Spiddi! Du hast es eilig. Ich hab doch das Weizen. Ja, und? Juckt mir nicht, juckt mir nicht, juckt mir nicht, juckt mir nicht. Triss mich niemals, Lebend! Wenigstens ist es dir aufgefallen. Ich hör dich ja... Ich hör dich ja schießen. Ach so. Wo ist mein dritter Pfeil? Ich find meinen dritten Pfeil nicht mehr. Hä? Hast du den? Ja, ich hab den. Okay. Höflich gesammelt. Hä? Immer weiter. Ah, doch, da ist es. Dachte, hab doch... Mal gucken, was ich für angeboten habe. Irgendwie, äh... Na, du, es sieht so anders aus. Warum sieht das anders aus? Irgendwie sieht das anders aus. Er ist ein Stein. Hallo? Haben sich echt schon verändert? Hallo? Nee. Also, das hier ist die Bibliothek. Aha. Das hier ist nix. Wir haben zu wenig Hühnchen. Ha, da. Mann, 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 Mann. Er will irgendwie nicht mit mir handeln. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich hab mir ja dreißen Markte verkauft. Das wäre mir ja nichts mehr verkaufen. Arschloch. Ist das ein Bug? Weiß ich nicht, welcher denn? Der hier. Ja, hier nimm mal das Weizen. Versuch, ihm das mal anzudrehen. Vielleicht will er von dir ja noch was haben. Nee. Hat er nichts mehr. Ach, der hat nix mehr. Scheinbar. Hm. Was hat denn hier der für ein Angebot? Ach, der will uns das Eisenschwert verkaufen. Diamant. Ey, Quatsch, das Diamantschwert, ja. Sorry. Wir brauchen unbedingt rohes Hühnchen. Wir brauchen eine Müllverbrennungsanlage. So viel Sand, wie wir haben. Ey, das Sand, da wird nix verbrannt. Von dem Sand wird nix verbrannt? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Okay. Nein, man kann Sand immer mal gebrauchen oder so. Wir sind in einer Wüste. Egal. Wir bauen ja irgendwann auch woanders mal. Ich will ein Unterwasserhaus haben aus Glas. Okay. Passt super in die, in, in, aber gut, kannst du trotzdem machen. Danke. Hm, sieht man ja nicht. Hahaha. Okay. Danke. Amen. Vielen Dank.